Die Wahrheit ist doch die, die Ampel wollte den Begriff Hartz IV loswerden. Aber der Ampel ging es ja auch gar nicht um einen Systemwechsel. Ihnen ging es um einen Etikettenwechsel. Und das, was Sie ja alle gemeinsam miteinander machen heute, ist ein Etikettenschwindel. Und da machen wir nicht mit, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und ich kann Ihnen eins prophezeien. Diese Etikettenschwindel fliegen früher oder später immer auf, weil die Bürger es merken. Der Begriff Bürgergeld wird in kurzer Zeit genauso verbrannt sein, wie der Begriff früher mal Asylant verbrannt wurde, wie der Begriff Flüchtling verbrannt ist, wie der Begriff Fachkraft verbrannt wurde. Und schon heute können Sie ja lesen, dass aus den Kreisen der Union schon kolportiert wird. In Wirklichkeit ist das nicht das Bürgergeld, sondern Hartz V, meine Damen und Herren. Applaus